Hallo meine Followers, ich bin Niklas und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Wusstet ihr, dass allein in Deutschland alle 15 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, also Leukämie, erhält? Es kann schlagartig jeden von uns treffen. Krass, oder? Viele Patienten haben nur eine Chance zu überleben. Eine Stammzellspende von einem geeigneten Spender. Zu Ehren des World Blood Cancer Day, kurz WBCD, erzähle ich euch jetzt kurz von einer ganz besonderen Aktion im Kampf gegen Blutkrebs, die nächste Woche stattfindet. Ein DKMS-Sonderzug rollt unter dem Motto Jetzt bist du am Zug, setz ein Zeichen gegen Blutkrebs, eine Woche lang quer durch Deutschland, unterstreicht so die Relevanz des Themas und motiviert zur Registrierung. Am 23. Mai startet der Zug hier in München, da werde ich auf alle Fälle dabei sein, also folgt mir gerne auf Instagram, um zu sehen, was abgeht. Neben München hält der Zug auch in Stuttgart, Köln, Leipzig, Hamburg und Berlin. Also macht jetzt mal einen Screenshot und seid dabei. Es kommen auch Promis zu den jeweiligen Stationen, die vor Ort mithelfen, also auf keinen Fall entgehen lassen. Jeder kann sich im Zug als potenzieller Stammzellspender registrieren. Auch deine Stammzellspende kann einem Menschen das Leben retten. Also, vorbeikommen und dann, wer kennt's nicht, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Mehr Infos zu der Aktion und zu der DKMS Allgemein findet ihr unten. Nur zur Info, das hier ist not sponsert und wenn ihr genauso wie ich das Ganze unterstützen wollt, dann teilt bitte dieses Video und werdet ein Teil von was Großartigem. Wichtig ist auch zu sagen, dass ihr natürlich auch nach der Aktion helfen könnt. Es ist nie zu spät, ein Held zu sein. Also wenn du Leben retten willst, dann sei dabei. Und wenn nicht, auch gut. In dem Sinne... Musik 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 Bis zum nächsten Mal.